Musik Herzlich willkommen zu unserer Asklepios-Informationssendung im Internet. Mensch, hab ich's im Kreuz, haben Sie ja vielleicht auch schon mal gesagt. Und da hoffen wir doch, es war nur ein verhärteter Muskel oder ein Hexenschuss. Wenn es aber ein Bandscheibenvorfall ist, dann ist die Sache schon ernster. Ja, bei mir ist heute Dr. Hans-Peter Köhler. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie im Asklepios-Klinikum in Rissen. Schön, dass Sie gekommen sind, Herr Dr. Köhler. Guten Tag. Erklären Sie uns, was ist ein Bandscheibenvorfall? Zunächst muss man unterscheiden, und zwar Bandscheibenvorfälle haben sehr viele Menschen, beziehungsweise sie erleiden einen plötzlichen Rückenschmerz mit Ausstrahlung in die Beine. Und diese Schmerzen, wie gesagt, die treten akut auf. Und gehen aber meistens innerhalb von ein paar Tagen bis Wochen wieder weg. Das heißt, häufig wird man diesen Bandscheibenvorfall gar nicht unbedingt diagnostizieren. Und das ist sozusagen die erste wichtige Aussage, dass nämlich in 80 Prozent der Fälle Bandscheibenvorfälle, beziehungsweise Rücken- und Beinschmerzen, so wie sie aufgetreten sind, nach und nach auch wieder verschwinden, ohne dass man großartig etwas machen muss. Und bei den 20 Prozent über die Patienten sozusagen, wo man weiter behandeln muss und weiter suchen muss, was die Ursache ist, da kommt man dann erst auf den Hintergrund, was ist die Ursache? Und dann findet man meistens einen Bandscheibenvorfall. Was passiert da genau beim Bandscheibenvorfall? Beim Bandscheibenvorfall kommt es zu einer kleinen Verletzung eines Bandapparates in der Wirbelsäule. Das heißt, ein Band reißt ein und Bandscheibengewebe, der Kern der Bandscheibe, der Nukleus Pulposus, der rutscht heraus. Ich habe Ihnen hier ein Modell mitgebracht. Da kann ich Ihnen das eigentlich sehr gut zeigen. Einmal hier ein Wirbelsäulenmodell. Und hier unten im Lendenwirbelsäulenbereich ist dieser Bandscheibenvorfall einmal rot gekennzeichnet eingebaut. Das gelbe sind die Nerven. Ich zeige das vielleicht einmal hier. Das Transparente, das hier sind die Bandscheiben. Das weiße sind die Wirbelkörper. Und hier sehen Sie, ist ein roter Bandscheibenvorfall ausgetreten, der hier diesen Nerv komplett anhebt. Und dadurch kommt es hier am Rücken zu der akuten Schmerzsituation. Und der Schmerz, der strahlt entsprechend dann dahin aus, wo dieser Nerv hinläuft. Die Nerven, die aus der Lendenwirbelsäule austreten, die versorgen die Beine und die Füße. Und deswegen ist es meistens so, dass die Schmerzen dann ins Bein bis runter, manchmal bis zur Großzehe ausstrahlen. Und darüber kann man dann auch ganz klar schon herausfinden, ob ein Bandscheibenvorfall bzw. ob der Schmerz aus dem Rücken kommt. Wenn nämlich der Patient berichtet, dass die Schmerzen akut aufgetreten sind und wenn sich das Ganze zum Beispiel auch bei Husten, Niesen oder Pressen verstärkt, da wird nämlich der Druck in der Wirbelsäule erhöht, dann strahlt der Schmerz, der verstärkt sich, der strahlt dann aus bis runter, bis in die Großzehe zum Beispiel, wenn ein Bandscheibenvorfall, wie hier im vorletzten Segment, vorliegt. Dieser Nerv, der versorgt die Großzehe und ein Teil des Unterschenkels auf der Außenseite. Und wie gefährlich ist so ein Bandscheibenvorfall? Das hängt davon ab, wie der Bandscheibenvorfall ausgetreten ist, bzw. wenn er wie hier zum Beispiel nach außen ausgetreten ist, dann bedrängt er nur einen Nerv. Das heißt, der Nerv, der eben runtergeht. Dabei kann eine Lähmung auftreten, das ist eine Beeinträchtigung zum Beispiel, ein Humpeln bis hin, dass das Bein auch wegknickt. Wenn der Bandscheibenvorfall in den Spinalkanal eintritt, da habe ich ein anderes Modell, das darf ich Ihnen einmal ganz kurz hier zeigen. Man sieht jetzt hier die Wirbelsäule und von vorne, Sie sehen jetzt hier links und rechts, treten diese Nerven aus, die einzelnen Nervenwurzeln. Und jetzt drehe ich mal die Wirbelsäule nach unten, man guckt jetzt also vom Kopf auf die Wirbelsäule drauf und jetzt sehen Sie hier den Rückenmarkskanal, das ist das Gelbe. Wenn jetzt also die Bandscheibe hier heraustritt, wird der Nerv betroffen sein. Wenn aber der Bandscheibenvorfall in den Spinalkanal, in den Rückenmarkskanal hineindrückt, dann kann, ich mache das mal mit dem Finger hier, dann kann der ganze Kanal verlegt werden, es kann ein Querschnitt auftreten, also ein tiefer Querschnitt unten in der Lendenwirbelsäule. Querschnitt heißt eine Querschnittslähmung? In dem Sinne eine akute Symptomatik wie ein Querschnitt, ein tiefer Querschnitt. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch Blasenmastarmstörungen im schlimmsten Falle dann auftreten in dem Bereich, wo entsprechend eben dieser Bandscheibenvorfall vorliegt. Wie funktioniert die Diagnose? Sie haben schon gesagt, es gibt Symptome, die deuten ganz klar darauf hin, wo das Problem liegen kann. Da werden aber sicherlich auch noch Geräte eingesetzt werden, oder? Ja, das kommt natürlich dann, wenn der Patient entsprechend zu uns kommt. Es ist aber meistens so, dass, ich hatte es schon vorhin angesprochen, dass die meisten Patienten, bevor sie bei uns im Krankenhaus vorstellig werden, von den niedergelassenen Kollegen behandelt werden. Das heißt, man macht eine konservative Therapie, man macht Schmerzmitteleinnahme, macht Wärme, manchmal auch Krankengymnastik. Und darunter sollte, und tritt meistens ein, 80 Prozent dieser Beschwerden gehen wieder weg. Das heißt, man braucht keine weiterführende Diagnostik oder auch weiterführende Therapie. Die 20 Prozent, wo das zum Beispiel nicht, die Behandlung nicht anschlägt, die muss man einer weiterführenden Diagnostik zuführen. Oder natürlich auch Patienten, die kommen und die eine neurologische Störung haben, wie eine Lähmung oder Blasenmastarmstörung. Die Patienten werden dann normal in einer MRT-Untersuchung der Wirbelsäule zugeführt. Und dort kann man sehr, sehr genau und sehr gut entsprechend die anatomischen Verhältnisse sich anschauen und den Bandscheibenvorfall nachweisen. Nun ist es ja eine ganz kleine Stelle, die sehr große Beschwerden macht. Müssen Sie da große Schnitte machen? Nein, das hat sich komplett geändert. Als ich angefangen habe vor über 20 Jahren, da waren die Schnitte ungefähr 15 Zentimeter. Heute sind wir bei zwei bis drei Zentimeter. Und wenn wir das Endoskop nehmen, sogar noch kleiner bei einem halben Zentimeter. Also Sie können schon da dran sehen, dass sich die komplette OP-Technik auch in diesen Jahren deutlich verändert hat, zugunsten eben auch für den Patienten, weil nämlich ein kurzer, ein kleiner Schnitt bedeutet auch weniger Schmerzen nach der Operation. Endoskopie, wie genau funktioniert das jetzt? Endoskopie müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben einen Stab, ein Rohr. Und über dieses Rohr, genauso eigentlich so dick und auch so glänzend wie mein Kugelschreiber, über dieses Rohr, man geht, ich zeige das mal hier an der Wirbelsäule. Der Bandscheibenvorfall liegt hier an der Seite und der Rücken ist hier hinten und das Endoskop wird entsprechend so auf die Wirbelsäule zugeführt. Und man kann, und hier in diesem Bereich kann man dann endoskopisch operieren. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass auch nur ungefähr 15 Prozent der Patienten, die an dieser Stelle einen Bandscheibenvorfall haben, also der nach außen, außerhalb des Wirbelkanals gerutscht ist, dass nur 15 Prozent ungefähr der Patienten, die so etwas haben, für eine endoskopische Operation überhaupt in Frage kommen. Und was machen Sie dann mit den anderen? Die anderen Patienten, wenn man die operieren muss, wir haben noch einen wesentlichen Teil jetzt vergessen. Also bevor man überhaupt zur Operation schreitet, ist es ja so, ich sagte ja schon, 80 Prozent braucht man nicht operieren, 20 Prozent sind aber die Patienten, wo die Therapie nicht anschlägt. Diese werden dann zum Beispiel bei uns vorstellig. Da sind wir darauf spezialisiert, in unserem Haus auf eine akute Schmerztherapie bei Bandscheibenvorfällen, indem man über das Computertomogramm, über den Computertomografen gezielt eine Nadel an den Bandscheibenvorfall setzt. Das heißt, man gibt eine lokale Betäubung, Patient ist wach, er liegt auf dem Bauch im Computertomografen und über diese Nadel können wir ein Milliliter an Therapiesubstanz, Kortison und ein lokales Betäubungsmittel an die betroffene gereizte Nervenstelle spritzen, wo der Bandscheibenvorfall ist. Und dadurch schaffen wir ebenfalls mit diesen Behandlungen 80 Prozent Besserung. Das heißt, diese Patienten müssen auch nicht operiert werden. Und jetzt sehen Sie, jetzt sind wir schon wieder bei wieder 20 Prozent, die nicht anschlagen auf diese Therapie. Erst dann wird operiert. Oder der Patient, wie gesagt, hat vorher schwerwiegende neurologische Ausfälle. Und die OP, die Sie dann durchführen, wie sieht die aus? Ja, bei dieser Operation ist der Patient in Vollnarkose. Das heißt, er darf sich in keinster Weise bewegen, muss ganz still liegen. Und der Standardverfahren weltweit, was man durchführt, ist ein mikrochirurgischer Eingriff. Das bedeutet, mit einem Operationsmikroskop, der Vorteil eines Operationsmikroskops gegenüber einem Endoskop ist, dass man dreidimensional sehen kann. Sie können räumlich sehen, weil Sie mit beiden Augen durch das Mikroskop durchsehen. Beim Endoskop sehen Sie nur einen Bildschirm und dann brauchen Sie schon sehr, sehr viel Erfahrung, damit Sie auch erkennen können, wie tief Sie womöglich im Raum sind. Also das ist nochmal etwas ganz Wichtiges. Aber wie gesagt, standardisierter Operationsverlauf oder OP-Methode ist der mikrochirurgische Eingriff. Dabei ist es so, dass der Patient, schon gesagt, auf dem Bauch liegt und man macht auf dem Rücken entsprechend über den Dornfortsetzen in dem Segment, wo der Bandscheibenvorfall hier ist. Hier oben ist die Haut, macht man hier einen Schnitt und geht dann entsprechend hier runter am Knochen. Der Schnitt ist so groß. Ja, drei Zentimeter. Ja, zwei bis drei Zentimeter. Man hat ein Spekulum, dass man entsprechend hier runtergucken kann. Ich zeige es mal hier. Dann muss man hier, das ist vielleicht für die Kamera ein bisschen schwierig einzufangen, aber Sie sehen hier ein Knochenfenster. Da muss man durch und muss dann hier hinein. Also deswegen wird es dann sehr klein und sehr eng. Man hat also entsprechend eine deutliche Vergrößerung mit der Sicht und man hat ganz kleine, feine Instrumente, um überhaupt entsprechend da manipulieren beziehungsweise diesen Bandscheibenvorfall zu manipulieren beziehungsweise zu mobilisieren und dann mit einer kleinen Fasszange herauszuziehen. Ist das gefährlich? Man könnte sich ja vorstellen, ein falscher Griff, ein paar Millimeter und der Patient ist gelähmt? Gefährlich ist natürlich vieles, aber auf der anderen Seite, es bedarf einfach viel Erfahrung. Ein Risiko bei so einer Operation liegt unter einem Prozent. Das bedeutet, alle Risiken betrachtet liegen unter einem Prozent. Das Gefährliche, was den Patienten, sagen wir mal, besonders interessiert, ist natürlich, ob ich eine Lähmung bekomme oder eine Sensibilitätsstörung. Das ist sehr selten. An Komplikationen treten auf, Wundheilungsstörungen oder Nachblutungen, Infektionen. Das sind so die Dinge, die, wenn mal etwas passiert, häufiger passieren, also aber auch unter einem Prozent. Alle Dinge zusammengenannt unter einem Prozent an Risiko. Wie oft passiert es denn, dass sich an derselben Stelle ein weiterer Bandscheibenvorfall ereignet? Das ist in der Literatur unterschiedlich beschrieben, aber wenn man jetzt die letzten Jahre sich die Literatur anschaut, ist es zwischen vier bis acht Prozent. Das bedeutet, man operiert einen Patienten und nimmt diesen Bandscheibenvorfall heraus. Das bedeutet, dass dann eine kleine Öffnung, der Einriss sozusagen, den kann man nicht schließen. Man hat verschiedenste Methoden in der Vergangenheit ausprobiert. Man hat versucht, das zu nähen, das reißt ein. Man hat versucht, das zu kleben. Alle Methoden bisher haben nicht funktioniert. Warum nicht? Weil das Gewebe dort meistens so gering oder ausgefranst ist, verbraucht ist, dass man dort nicht nähen kann. Und das Kleben, das hält nicht, weil der Kleber entsprechend sofort wieder einreißt. Sie können nicht jeden Kleber verwenden, sondern Sie dürfen nur einen bio-abbaubaren Kleber verwenden. Deswegen, wir haben Kleber, aber für andere Dinge im Körper, wenn zum Beispiel ein Gefäß mal gerissen ist oder auch die Nervenhaut zum Beispiel, aber so etwas sehr strapaziöses. Also Sie müssen sich vorstellen, die Wirbelsäule bewegt sich pro Jahr eine Million Mal. Das heißt, jeder von uns macht eine Million Bewegungen. Und sei es nur einmal kurz nach vorne oder zur Seite. Und diese Bänder, die sind komplett, liegen die Bänder über der Wirbelsäule. Und das sind Bänder, die einmal in verschiedene Richtungen gehen, um die Strapazierfähigkeit überhaupt, um die Stabilität an der Wirbelsäule herzustellen. Und gibt es da Möglichkeiten, dieses Loch, was durch den ersten Bandscheibenvorfall entsteht, womöglich zu flicken? Ja. Wir haben an einer internationalen Studie teilgenommen, wo wir im norddeutschen Bereich die Klinik sind, die sozusagen das durchgeführt hat. Insbesondere, weil eben diese Patienten immer wieder dann auch operiert werden müssen, hat man sich überlegt und ein amerikanischer Kollege ist auf die Idee gekommen, ein kleines Metallimplantat wird im Knochen verankert. Und hier gibt es eine Kunststofflasche. Wenn man das hineinbringt, klappt die hoch und verschließt so entsprechend diesen Einriss dieses Bandes. Somit kann kein neues Material herausrutschen. Und diese Untersuchung, die haben wir in den letzten zwei Jahren, wie gesagt, mit zum Beispiel der Charité oder mit der Uni Düsseldorf, Uni Innsbruck, Antwerpen und so weiter, haben wir verschiedenen Unis diese Untersuchung durchgeführt und konnten da das Rezidivrisiko, also dass wieder ein Bandscheibenvorfall auftritt, unter einem Prozent senken. Das heißt, das ist eine deutliche Verbesserung für die Patienten. Können Sie das mit jedem Patienten machen? Nein, das ist auch ganz wichtig. Deswegen haben wir diese Untersuchungen durchgeführt. Im Prinzip sind die meisten Patienten da geeignet für. Aber wenn zum Beispiel der Knochen zu weich ist, bei älteren Menschen zum Beispiel, wenn eine Osteoporose vorliegt, dann kann man diesen Metallring zum Beispiel nicht dort verankern. Der würde sich wieder lösen. Wie lange braucht der Patient sich zu erholen? Der Patient in dem Sinne ist für den Patient im Vergleich zu der anderen Operation ist für die OP-Zeit, fünf Minuten dauert es länger. Ansonsten ist alles genauso wie bei der anderen herkömmlichen Operation. Aber wie gesagt, dieses Produkt ist neu und wird wie von uns jetzt in den letzten zwei Jahren eingesetzt und zeigt ganz klar, dass es ein Erfolg ist, weil man im Patienten eine neue Operation oder eine neue Erkrankung, Schmerzen und Ausfälle erspart. Vielen Dank für diese spannenden Informationen, Herr Dr. Köhler. Und ich hoffe auch, dass Sie sich gut informiert haben heute bei uns und dass Sie wieder reinklicken auf www.asklepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.asklepios.com